Eine Verabredung mit einer Person. In meinem Badezimmer? Ja. Du hast deine Frau da drin, ne? Nein, nein, ich hab keine Frau drin, ganz im Gegenteil. Im Gegenteil? Ja, es ist ein Mann. Ein Mann? Ja, das kennen Sie doch, ein männlicher Mann. Ein Freund. Was zum Teufel machst du mit deinem Mann in meinem Badezimmer? Ja, Sie wissen doch. Was? Du meinst, du und? Also, weißt du, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Nicht, dass es mir was ausmacht, dass du so bist, aber das geht schon ein bisschen weiter, dass ich solche Dinge in meinem Hotelzimmer abschiebe. Ich hab Ihnen ja gesagt, Sie sollen drüben bleiben. Das verstehe ich jetzt allerdings.